Hallo und herzlich willkommen bei ActuWolle. Es geht weiter mit Star Wars auf jeden Fall. Heute hat das Spiel sogar mal ein Update gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum der ein Update macht. Aber ist noch relativ lax, warum der jetzt ein Update macht oder sowas. Auf jeden Fall geht es hier gerade mal wieder fleißig weiter. Ich darf wieder zurück auf jeden Fall. Zurück, zurück, zurück. Wo muss ich hin? Ich muss da ganz hinten hin. Ich bin gerade hier am Arsch der Heide gerade. Let's go auf jeden Fall. Äh, hier hinten komme ich irgendwie nicht hin. Ich muss auch hier auf jeden Fall hin. Ich definitiv muss hier längst. Teil, wo ich irgendwie rüber könnte, aber... Hier ist uns gar nichts gebracht. Fuck, 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 fuck. Hauptschau. Gut, aber wo muss ich jetzt hin? Ist mir jemand, wo ich jetzt hin muss? Der hin muss ich hin, okay. Komm schon, 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 weiter, weiter, weiter. Und raus, aus dem Stamm aus. Scheint der vorne auch, wenn ich hier, äh... Ich möchte da hinten hin, wenn ich jetzt sagen komme, ich da hinten hin. Scheint ich muss da irgendwie auch mal irgendwo hin, okay. Da hinten gibt es auf jeden Fall auch noch was. Deswegen werde ich da hinten jetzt auf jeden Fall auch noch mehr hingehen. Wo kann ich denn der Vogel... Der Vogel kann mich da hinten wieder hinbringen. Und Scheint, ich muss ja hier hinten irgendwo hin, also. Let's go, okay. Und hopp, hopp. Und hin da. Ja, wunderbar. Echo! Was ist das? Was ist das? Oh, du bist auch schon wieder da. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ja. Ich weiß auch nicht, Knuffelnase. Ah, so gut. Wir hätten Yipsers, dann muss ich auf jeden Fall hin und hier nicht mehr rüber. Okay, wir gehen immer rüber. Bam. Oh, das ist großes. Der will doch jedenfalls streiten, wir haben. Oh, noch ein zweiter. Nein. Oh, fuck, fuck, fuck. Scheiße. Schreib, komm. Tumba, einfach ein bisschen. Es ist ein bisschen. Paktor, drückt, kreis. Kleiner, die auch. Kreis, Kreis, Kreis. Und runter, weg, boah. Huch. die sind beide ein bisschen haare gewesen auf jeden fall öffnen kann mir feines stint ja stint erhöht kann ich auf jeden fall gebrauchen kann ich komme ich irgendwie raus runter hier komme ich nicht runter ich muss sagen so viel zurück gibt es ja wirklich ein weg wo man irgendwie runter kommt nirgendwo hier so auch so zu sein und hier ist auch weiterhin so okay ja hier ist so glaube ich kein rauskommen in welcher nur irgendwie hingekommen sind auch so ja sehr schön sagt und hier komme ich auch nur wieder dann zurück und du musst dann ach ich kann hier hinten ist ein fahrstuhl glaube ich nicht gesehen springen und ob fahrt fahrt scheiße 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 hopp und springen und laufen 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 und zack gut und da war klappen laufen 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 und Und, nein, 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 nein. Ach so, ein Faktor. Aber egal, ich komme da hoch, ich komme da hoch. Ach, hier ist ein Fahrschuh gewesen. Habe ich gar nicht gesehen, ich Idiot. Schön Fahrschuh, schön auch so ein Sumpf hier in den Fahrschuh rein. Sehr gut. Gleich mal das schnellere Lichtschuh. Also das andere ist, mit dem kann man schön langsam kämpfen. Das ist bei größeren Gegner auf jeden Fall, weil man schön viel, ja. Schaden machen kann, aber, ja. Mit dem anderen ist es ein bisschen fixer, so ungefähr. Finde ich persönlich, deswegen ist es ein bisschen schöner halt. Äh, ja, gut, dann müssen wir wieder hin. Gut, Anlauf nehmen. Sprung, Sprung, zack und ran. Hopps. Gut, dann müssen wir jetzt auch wieder weiter. Hier müssen wir weiter. Ja, alles, alles gut. Öffentlich. So. Öffne dich, du öffne dich. Absturz. Kurz meditieren. Hm, ich habe zwei Fertigkeitspunkte. Fertigkeit. Können überleben. Hm, was ist das denn? Ja, das ist doch gar nicht mehr so verkehrt. Ne, wir das nochmal. So, Experten liegen im Ding zu überleben auf jeden Fall erhöht. Sag mal, mein Handy? Ich muss noch ein bisschen nachgucken, weil ich nach nochmal meine Nachbarn melden wollte. Hm, ich kann ja schnell Reise machen. Geil. Wir können jetzt auch schnell Reise machen. Ich will da noch ein bisschen rumlaufen. Wer ist hier? Hallo. Okay, ich habe gelogen. Ich habe nichts mehr. Ich bin ein Versager. Oh nein. Ein Versager. Wo muss ich hin? Nach der Hinten. Ich kann es aber auch, glaube ich, ich kann es auch immer schnell Reise machen. Kann ich hier aber schnell Reise machen? Ich muss kurz gucken. Schnell Reise. Lass uns hier eine Pause machen. Schnell Reise wäre jetzt super, wenn ich jetzt aber kurz zurück könnte. Schnell Reise. Äh. Zum Landeplatz, ja. Darf ich hin reisen? Zum Landeplatz. Ja, perfekt. Ich muss den ganzen Scheiß weg nicht wieder zurück. Ach ja, man kann sich auch ein bisschen wieder zurückgehen. Dann ding, sei das keine Ahnung, was machen. Aber man kann es auch einfach mal sein lassen. Dann will ich auch irgendwann mal weiterkommen. So. Jungs. Äh. So ein Charakter im Gespräch. Okay. Alles cool. Wir müssen jetzt aber trotzdem hier mal kurz mal hin. Ach, holo. Wohin? Wir müssen natürlich hier hin. Zum Mondreisen. Da müssen wir hin. Zack. Natürlich, da müssen wir hin. Da ist das neue Ziel. Kerl und ich haben das Luca halb überstanden. Ja. Dann haben du und ich unterschiedliche Vorstellungen. Wir haben das ganze Dings auch wieder gut verstanden. Können wir nicht schon mal irgendwas machen? Nee, dann kann man auch bei dir auch labern. Ah, okay. Ist egal. Verbauen wir nicht mehr irgendwas oder sowas. Können wir später. Irgendwann werden wir mal lange weiter. Ja? Komm, landen wir jetzt weiter? Einmal war ich. Okay. Ja, wäre ja nicht. Was auch immer. So, dann können wir jetzt, äh... Wir landen gleich. Dann machen wir jetzt mal kurz wegfahren. Und dann sehen wir wieder andere Komponenten aus. Was? Drücke X. Ja. Blaster Lichtschwert BD an. Das haben wir aber BD an. Schönes. Das ist das normale Visier. War das. Ne, da machen wir nichts. BD 1. Was haben wir in dem Ding? Das ist jetzt nur die Ding, die ja nicht so cool. Außen-Sensoren. Ah, die sehen langweilig aus. Körper, was haben wir im Körper? Ja, nee. Was ist denn sonst noch? Beine. Wum. Nee. Lichtschwert. Hast du mir ein schönes? Ähm. Haben wir hier? Oh, was ist denn das hier denn? Oh, die nehmen wir nochmal. Was haben wir hier noch? Ähm. Ja, cool aus. Oh. Die nehmen wir auch nochmal. Was haben wir hier? Den. Geduld. Okay. Und schließen. Das können wir nehmen. Das können wir nehmen. So. Ja. Lichtschwert funktioniert. Können wir nehmen. Wir gehen jetzt. Setzt uns gleich hin. Und dann gibt es auch schon fleißig. Äh, ja. Weil dann gibt es wieder fleißig rumgeflogen hier. Reisen. Scheiße. 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 werden und ich will auf keinen Fall auf diesen verfluten Felsen festsetzen. Meine Nachbarin macht sie jetzt auf den Weg zurück. Das bedeutet, sie ist jetzt 8 nach. Ja, 18 nach da. Das wollen wir Landnummer kurz speichern. Dann wird erstmal ein kurzes Video. Auch gut. Ja. Und es geht schon wieder los. Krass ist doch irgendwie toll. Wir tarnen uns jetzt. Dankeschön. Dir auch. Komm wieder, ja. Natürlich komme ich wieder. Ich habe Lichtschwert. Das war ein Scherz, Junge. Ach ja, gut. Ja, ein paar Minuten. Wir müssen noch landen. Alles in Ruhe. Landen. Landing. So, hier gehen wir raus. Zack. Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Ich muss da hinten hin. Hier gibt es schon so viele Schmerkürzungen hin. Äh, komms. Didi, 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 didi. Bam. Hello. Zack, zack, zack. Oh, den habe ich nicht gesehen. Raiders regeln diesen Ort ab. Raiders regeln diesen Ort ab, haben sie gesagt. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool, sowas. Vielleicht gehen wir kurz kurz pausieren, äh, wenn gleich mein Nachbarin kommt. Und dann kann ich vielleicht sogar gleich noch weiter schmieden, wo wir so mit pausieren. So, hier geht's weiter geil. Kann ich hier nicht einfach hier wieder halt, äh, schnell reisen machen? Ich war da hier überall schon. Von daher machen wir das einfach mal ausruhen. Schnell reisen. Darf ich hin? Reisen, ich war da schon mal. Hier seh, ich reise einfach hin. Scheiße, die ganze Kacke, da nochmal neu hinlaufen. Reisen aber hin. Äh, ja, hier bin ich hingewiesen. Hier muss ich jetzt hin. Hier bin ich doch jetzt. Ach, jetzt muss ich hinten hoch. Hier muss ich hoch, hoch. Didim, 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 didim. Ah, hier kann ich ja nicht hin, denn jetzt kann ich ja. Entschuldigung, tu mich ja. Ich sag dir nicht öffnen. Sag dir nicht öffnen, du sagst, komm mal her. Oh, fuck. Ja, das tut immer weh. Ah, fuck, das hat wehgetan. Schießt auch. Komm her. Ja, das ist doch bestimmt wehgetan. Vielleicht hat Santari den Kompass in dem Turm versteckt. Gibt nur eine Art, wie wir das rausfinden. Nur eine Art, wie wir das rausfinden, ja. Wir müssen da hoch. Ups, solar. Schnell rein, wir haben das vorher gemacht. So viel Wege sparen. Oh, ja. Okay. Okay. Was, äh, ja. Der einzige Weg ist durch die Feuerkammer. Der einzige Weg, die durch die Feuerkammer ist nochmal. Hä, wie soll man hier denn schnell durch die Feuerkammer durchkommen? Der wackelt aber auch immer ganz schön komisch, ne? Okay, ja, gut. Okay. Der einzige Weg, die durch die Feuerkammer, okay. Ich muss gleich, wirklich, ganz schnell durch die Feuerkammer durchkommen. Wo fragt, was geht's nicht? Lauf. Lauf, 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 lauf. Wow. Ich übernehme. wie wäre es mit einer fertigungsanlage auf dem mond dann müssten wir nicht man anderswo material herbeischaffen wie wäre es mit einer fertigungsanlage auf dem mond? sehr schön wenn er ziemlich da hinkommen soll uff, also kommt er auf, also erst wenn der da fertig ist auf jeden fall ok, los geht's auf da jetzt ist es ich frage wie er weiterkommt wie komme ich hier weiter? äh, gute frage, nächste frage der hinten hätte ich weiterkommt ops steht irgendwas? nein, ok dann müssen wir hier wo weitergehen ich bekomme die ich bewundere deine beharrlichkeit mir hierher zu folgen also treffen aufs kobo entgegen zu verbruch falls du überlegst mach ich gerne da weiter wo wir aufgehört haben machst du gerne mit der arbeit weiter wo wir aufgehört haben? ok die frage ist jetzt wenn ich da hin gehe wo komme ich von da aus dann weiter? das ist die frage hm hm hier, hier muss ich auch nicht mehr rüber aber wo muss ich da denn weiter hin? da oben kann ich, ach da oben kann ich raufkehren ok, ich hab's gesehen hier hier muss ich fahren erkennt abkürzung Die haben bock jetzt auf mich, die haben richtig bock jetzt auf mich Ich glaub jetzt kommt gleich mein Nachbarin wieder, das bedeutet ich werde immer Ganz kurz einfach mal posieren, falls es nicht mehr weiter geht, ja, dann Ja, wenn ich jetzt kurz so kämpfe, hab ich überlegt, bekämpfe ich noch, kämpfe ich nicht Mitten im Kampf ist halt scheiße Ah, ok, ich pausier mal kurz mal, falls es gleich nicht mehr weiter geht, gehts dann in der nächsten Folge weiter Ansonsten spielen wir gleich noch weiter, sonst spielen wir nicht mehr weiter Falls wir nicht mehr weiter spielen, dass ihr jetzt aufhört, auf Wiedersehen, ansonsten gehts vielleicht noch weiter Schlimm sowas, aber es ist manchmal so Scheiß Rosenberg, so, bis gleich Äh, YAU JAU 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 JAU